herzlich willkommen hier in cyberspace keine zusammen start und heute geht es in der formel 1 nach monago so wie es aussieht ja hab ich kein teamkollegen schon wieder kennt ein bisschen mau werden ich hoffe nicht so mau wir starten mit 16 fahrern das geht es auch schon los ja 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 ich sehe nur so eine taste wo man es ändern könnte da ist der zweite ok soll durchgehend sonne sein wird gerade regeln sagen so wie immer als erstes mediums verheizen es ist ruhig auf der strecke lass uns raus solange es so bleibt motor ja ja depart whether Schauen wir mal, dass ich diese Woche nicht aus dem Koli fliege. Ohohoho. Enrico hat sich schon mal in die Wand gezimmert. Also starte ich schon mal nicht ganz hinten. Oh, verdammt. Schäden am Heckflügel, du hast Schäden am Heckflügel, schlage vor du kommst zur Reparatur rein. Voll verbremst. Wieso wandert gerade? Wieso wandert gerade? Wieso wandert gerade? Woa. Dein Heckflügel ist beschädigt. Rechne mit häufigem Untersteuern bis du für die Reparatur rein kommst. Da war plötzlich der Andi Ui Ich hab die geladen gehabt Ich hätte gucken, wie viele draußen sind Ah geht so Ich hab die geladen Ich hab die geladen Wieso das runter? Ah, wir sind jetzt ohne Deswegen ist der mir auch vorhin weggeflutscht D doorway auch Ja wir sind Ich hab die geladen Vielen Dank. Vielen Dank. Verdammt. Oh! Super! Huh? Super, Alter. Jetzt habe ich dafür Platz, Grinchstrafe, dann kann ich die Karte auch aufheben. Geben. Okay. 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 Jetzt kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay. 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 Oh. 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 Oh.